Genau so, aber eigentlich wollten wir über das Spacenetz reden, also es gibt im Spacenetz neue Hardware und zwar haben wir eine APU2 angeschafft, das ist so ein kleines süßes Board, sieht man hier, die CPU ist hier auf der Unterseite aufgelötet per BGA, hat drei Mini-PCIE-Slots, davon ist einer SATA-fähig, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das auf dem Bild sieht, aber da ist so ein winziges SATA, das heißt, da sollte man in die SSD reinstecken, man hat hier unten drei Intel Ethernet-Anschlüsse, das sind Standard-i-210-Gigabit-Anschlüsse, hat USB-3-Support, hat hier den Netzteilanschluss und hat eine serielle Konsole. Das Gerät hat eine kleine X64 CPU, das ist ein kleiner Jaguar-Core, hier oben beschrieben, AMD Embedded Series G412 mit einem Gigahertz, schwankt auch immer, das Ding macht Down-Clocking, also ist irgendwie im Idle so bei 600 MHz. Darauf haben wir im Space eine LED-Box installiert, um hier das Internet zu machen, da läuft also eine virtuelle Maschine drauf, die kriegt über die Linux-MacVTub-Infrastruktur zwei Interfaces reingereicht, auf dem einen Interface ist unser Modem angeschlossen und auf der anderen Seite stecken wir einfach unseren Switch rein, weil das die Kommunikation mit der Außenwelt ist. Das sehen wir hier, wir heißen, wir haben hier einmal PPP-UE-WAN, das läuft dann über das ETH1 und wir haben hier unser LAN-Interface, was unser Standard-Space-Net ist. Zusätzlich gibt es hier noch WireGuard-Interface, das heißt, wenn man bei mir anfragt, kann man seinen WireGuard-Public-Key bei mir abgeben, kriegt dann eine IP-Adresse zugewiesen und dann kann man jederzeit mit dem Space kommunizieren, wenn man möchte. Es gibt relativ wenig Leute, für die das ein Anwendungsfall ist. Für mich ist das immer ganz praktisch, weil ich hier Diagnose auf der LED-Box fahren kann oder auf der darunterliegenden APU. Die darunterliegende APU ist auch dokumentiert und zwar unter pet.stratum0.org. Also nicht dokumentiert? Ja, also im Moment haben wir uns darauf geeinigt, dass wir alle Änderungen in ein gemeinsames Pad schreiben. Ist auch schon eine Wiki-Seite? Bist du jemand, das Pad löscht? Oh, es gibt auch schon eine Wiki-Seite. Man kann Pads löschen? Das wusste ich gar nicht. Unter anderem steht ja auch drin, wen welcher... Ja, Stahlung A entfernen. Ah, ja, aber dann kann man ja über die History des Pads den Content wieder zurückholen. Viel Spaß. Du weißt, dass da mal Content war? Anyway, genau. Es gibt dazu auch gerade eine Wiki-Seite, wurde reingerufen. Wer heißen, wenn ich hier auf Start-Müll-Wiki gehe, ist das auch unter Strapo zu finden? Ja. Ah, schön. Genau, hier sieht man auch ein schickes Foto. Wer heißen, dieses Board sitzt dann in so einem süßen schwarzen Gehäuse. Mittlerweile ist da auch ein Wireguard-Sticker da oben mit angebracht. Das Gehäuse klebt man unten über einen dicken Alu-Block mit der CPU zusammen. Wir heißen, das Gehäuse sorgt tatsächlich dafür, die Abwärme von der CPU nach außen zu bringen. Das Gehäuse liegt drüben im Serverschrank, kann man mal die Hand drauflegen, ist immer so ein bisschen wärmer als Raumtemperatur. Zusätzlich läuft auf der APU eine weitere virtuelle Maschine, auf die wir so langsam alle Service... Hm? Refreshment. Hast du noch mehr Content hinzugefügt? Noch nicht. Uh. Ah, es gibt jetzt eine Service-WM. Ja, genau. Es gibt, wie gesagt, einmal diese virtuelle Lede-Box, was einfach ein LED-Image ist, was hier unser Internet zur Verfügung stellt, was auch viel zu viel RAM hat. Ich habe mal geschaut, das Ding verbraucht auch, wenn man es zwei Monate lang laufen hat, nicht mehr RAM als 128 MB oder so. Also LED-E ist halt ein System, was eher für so kleine Plastik-Router gedacht ist, auf denen man Constraint Resources hat. Von daher könnte man da nochmal reduzieren. Die Service-WM soll primär dafür da sein, viele Services hier im Space abzulösen, die auf Raspberry Pi-Infrastruktur gewachsen sind. Also wir haben unter anderem einen Raspberry Pi dafür, der das Marte-System trackt. Wir haben einen Raspberry Pi... Oh Gott, wofür haben wir noch welche? Für die Tür-Infrastruktur, wobei wir die da tatsächlich brauchen, weil wir GPIOs, also Output-Ports, ein- und ausschalten wollen. Der Space-Status läuft im Moment über einen Raspberry Pi. Wir haben viele, viele Abplatz über Raspberry Pis erzeugt. Genau, und wir versuchen jetzt langsam diese Infrastruktur so ein bisschen auf die Service-WM auszulagern, um da etwas zu haben, was wirklich konstant läuft. Weil bei den Raspberry Pis gehen ab und zu mal die SD-Karten kaputt oder die Netzwerk-Interfaces und dann ist die Infrastruktur nicht ganz so stabil. Guck mal, hier steht auch noch eine Aufgabe, als MQTT-Broker von Nas Stratum übernehmen. Das ist doch eigentlich schon erledigt, oder? Ah, siehste, könnte man auch schon streichen. Genau, der SSH-Türöffner läuft zum Beispiel auch noch auf einem Raspberry Pi. Sonst plane ich im Moment noch so ein bisschen die Switch-Infrastruktur umzustecken und so ein bisschen mehr zu dokumentieren, weil im Moment ist das so ein bisschen ein Wildwuchs, was da alles so eingesteckt ist und wie die Konfigurationen auf den Switches aussehen. Das haben wir uns angeschaut, als wir die APU tatsächlich eingebaut haben und im selben Zuge den Serverschrank aufgeräumt haben. Da müsste man nochmal aufräumen, aber da sind wir noch nicht weiter zugekommen.